Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ignis greift gerade an und sie haben vorher einen Drachenwunsch gehabt und sind immer noch auf Adrenalin. Wir können jetzt gerade wahrscheinlich nicht so leicht ins Land gehen, aber gut. Ich bin voll genervt ein bisschen von den Sörten, die am Bind waren. Jetzt müssen wir mal kurz schauen, ob wir da irgendwie hinkommen. Genau, das ist schon ein Solarpaar. So, ob wir da irgendwie helfen könnten, aber gut, das haben wir schon mal geschafft. Einfach buffen. Ich glaube kaum, dass ich jetzt wirklich im Nahkampf schon kämpfen kann. Ich bin jetzt bald Level 50, also das heisst Wormaster, Wormaster sind es Punkte einfach. Ich bin natürlich nicht gerade so drin wieder. Ich habe jetzt längere Zeit halt wieder Pause gemacht, weil es macht mir einfach nicht so viel Spass momentan. Wenn Eisius so mega unterdrückt wird, also recht schwach ist. Und ja, das Genre ist halt auch ein bisschen lame manchmal, wenn ich so gerne Action habe und es nicht machen kann. Aber gut, es ist immer noch eines der motivierendsten Spiele im langen Sinne. Also vom langen Zeit Spielspaß ist es immer noch einer der besten Spieler und deshalb muss ich einfach dranbleiben. Das geht nicht anders, auch wenn es mir keinen Spass macht. Ich bleibe dran, aber werde jetzt nicht so viel spielen. Eventuell halt jetzt nur mit EXP scrolls Leveln, damit ich ja ein bisschen vorwärts komme, auch wenn ich nicht so viel spielen kann. Ja, wenn wir dann mal sehen. Ja, gut, dass du nicht buffen kannst wegen dem scheiss Pferde zu. Geht jetzt raus. Jetzt dürft ihr gerne rausgehen. Ich brauche ein paar EXP. Okay. Gestern Abend war ich online, habe recht gelevelled. Also ungefähr von hier, von der Mitte bis hier hin. Und ja, es war nichts los. Am Abend, an der besten Zeit für die Deutschen waren kaum Deutsche online. Viele nur am Bind, am AFK-Seite ständig. Wieso ist man 20.000 Stunden online, wenn man nur AFK-Bind tut? Das ist irgendwie so ganz komisch. Ja, was soll ich denn machen, ey? Was soll ich überhaupt machen? Ich dürfte ja auch vorwarnen, oder? Äh, ja. Man kann nichts machen. Das Spiel ist einfach kaputt. Das Spiel ist mega kaputt wegen diesen, äh, ja, schnellen Barbaren vor allem. Deshalb spiele ich jetzt überhaupt noch, Baba, damit ich wenigstens noch eine Chance habe, irgendjemanden zu killen. Aber vor allem die Stunts. Wie kaputt muss das Spiel noch werden? Es wird ganz egal genörgelt, dass die Stunts zu wenig sind, dass die Magier und Schützen keine Chance haben. Und dann, ja, werden sie immer mehr OP. Man hat einfach keine Chance. Einmal gestunt. Nix mehr. Es geht einfach nix mehr. Es geht hier nix und dort nix. Ja. Deshalb wird ja ein neues Spiel gemacht, dass wir alle dies noch nicht kennen. Ähm... Der Name ist wieder schwer... Also, ja. Es ist ja nicht Legnum, sondern... Schau mal kurz. Es wird nix. Es wird nix geschrieben. Ja, gut. Es wird nix geschrieben. Ich muss den Titel mehr schreiben. Ja, alles Englisch. Legnum? Okay. Ja, das heißt doch Legnum. Aber ich verwächte das immer mit Low-Room oder Low-Rule oder something was. Ja, gut. Ähm... Die kommen scheinbar nicht raus. Ich will trotzdem mal buffen. Ich werde sterben. Der wird einfach ignoriert. Okay. Das sind alle. Ich werde ein bisschen geregriert. Ja, gut. Sonst würde ich sterben, wenn ich da vorne bin. Äh... Das Spiel hat einfach keine Übersicht. Man sieht nicht, was welcher... Äh... Ob er Freund ist, also alles ist. Oder ich. Man sieht's einfach gar nicht. Man muss drauf mit dem... mit dem Ding. Es ist... Es geht halt gar nicht. Und das wird bei Legnum alles besser sein. Ich hab... Ich hab ja guten Kontakt zum Entwickler. Er macht das über die, äh... Unity Engine. Und, ähm... Er sagt, er wird alles, was nervt an Regnum fixen. Also... Es ist einfach viel, viel besser. Und dann sind die Server natürlich auch viel stabiler, weil sie aus Deutschland kommen und nicht aus Argentinien, wo kein Mensch, äh... Ich hab sogar... äh... Kalifornien oder so... Es ist... Es ist auf der anderen Seite der Erde. Na gut. Ist nicht so schlimm, aber... Ja. Immer die ganzen Stunts, die Nerven, so... Ja. Ich kann ihn nicht einsetzen. Ein andere setzt ihn ein. Ein bisschen, äh... Treffen ist okay. Na gut. Manchmal denke ich so, ja... Das Spiel will eigentlich, dass ich Erfolg habe, weil die... Attacken nicht gehen. Ja gut. Ich werde wahrscheinlich nie gut spielen können, das Spiel wegen der Stöhne. Es muss viel mehr automatisch gemacht werden und so. Es nervt halt sonst nur. Ja, jetzt langsam merke ich wirklich, wie schlecht das Spiel halt manchmal ist. Aber... Ich bin halt einer, der eigentlich nicht so runter machen möchte. Aber gerade... Ja. Jetzt wieder einzustellen, oder? Das erste Mal wieder RVR machen. Nach einem Monat. Ist schon... Ja... Extrem schwer. Und... Man muss halt immer drin sein. Und dieses Hin und Her... Von der Front... Ist halt auch nicht gerade so toll. Aber das liegt an den Spielen, die zu wenig checken, dass sie in Gefahr sind. Ich merke es ja selber auch nicht gerade so gut, aber... Immerhin gehe ich... Weiss ich, dass ich wirklich weg muss. Aber meistens ist es dann immer zu spät, oder? Ah... Volle Ladung kommt halt jetzt gerade auf mich zu... Ich bekomme immer Kopfschmerzen vom Denken. Ja, was soll ich jetzt machen? Haha... Ich mache einfach... Wahrscheinlich... Ich denke einfach viel zu viel... In dem Kampf... Ja, ja... Muss mich wieder einfügen. Und jetzt haben wir es also momentan eine grosse Unterlegenheit. Viele Leute... Von den Egen gehen halt auf die Seite und kommen dann... Ja, holen dann Kristall und wir kämpfen hier. Die Buffs sind so langsam am Regnerieren. Ich bekomme keinerlei... Ich bekomme einfach nichts über... Kollegen vom... Regnum Forum... Sagen immer, ich soll buffen. Okay, jetzt habe ich mal zwei Kills. Wow. Aber das bringt nichts, weil niemand die Gegner kennt. Und wenn die Mitspieler die Gegner nicht killen können... Das bringt überhaupt nichts. Das ist einfach so. Ich habe einfach das Problem, dass ich jetzt gerade noch keine Reichweite habe. Oder? Weil ich Nahkämpfer bin. Ja... Eventuell muss ich wirklich ohne RVR momentan leveln und... Ja... Dinge machen. Blocken, 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 blocken. Die Blockchance vom Ritter soll 25% nicht übersteigen. Weil ständig, ja, die ganze Zeit blocken... Es ist sowas von... Langweih... Ich glaube, hier hat genug Leben. Wir können das auch sein. Da wird's sowieso nicht gefokust. Ja... Dass die jetzt auch ein Saukraut ist. Da war die schon immer ein Saukraut. Aber ich kenne sie einfach, weil ich bin Kira. Die hat ein Ki... ähm... Kiara halt, Kira, oder? Meine momentane Katze. Und Luna, meine vorherige Katze. Die lebt immer noch, aber die ist bei meiner Tante jetzt. Also nicht, wenn's ein grosses Standort. Lieber in einem kleinen Dach. Nur wegen dem Internet ist er damit das Problem. Momentan macht Swisscom mega Probleme. Kann kaum lange aufnehmen so Spiele, weil sie immer wieder abgehackt. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich da wieder ein bisschen in der Regnum hineinkomme. Also auch Eifer, oder? Und nicht gelangweilt werde vom Level. Und dann geht das auch schon wieder. Das hat mindere Qualität. Die Entwickler machen ja gar nix, oder? Endlich mal alles Negative vom Regnum wegpatchen und fertig. Dann haben sie Erfolg. Aber wir wollen keinen Erfolg haben. Das ist das erste Problem. Ja, warte. Ich kann wirklich kaum etwas machen, weil ich Angst habe von einem Babar. Ich bin selber ein Babar, aber ich bin noch viel zu schwach. Hey, hallo. Aufstehen. Sowieso einer. Sowieso eine. Aber das ist so schön blöd. Also so, das ist eine Brücke. Ja, viel Spass davon. Ja, aber die kommen sofort wieder raus. Jetzt würde ich mir nicht so bedenken, möchte ich jetzt eher Schütze sein. Aber ich habe keinen Schützen. Damit ich einfach auch ein bisschen angreifen könnte. Ja, es sind viel zu viele. Das ist klar. Ja, kann man nix machen. Also, das Level muss sich verschieben auf den nächsten Part. Kommen wir zu wenig EXP. Aber die haben mega Adrenalin, diese Icken. Ganz viele sind momentan ohne. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich nicht gerade schon so viele. Vorher waren es noch mehr. Ja. Ja, gut. Ja. Ja. Noch ein bisschen verteilen, dass nicht jeder den gleichen Buff hat. Ich habe es zwei Buffs. Es sind einfach zu wenig. Ich hätte gerne noch ein paar mehr. Okay, wieder ein bisschen EXP bekommen. Aber es geht natürlich schon noch lange. Ich hätte am besten noch ein bisschen weiter, wenn wir uns sollen bis Ende. Ja. Ist ja toll, aber äh. Ich möchte gerne mitmachen. Ich will mitspielen. Ich bin immer ausgegrenzt. Da wir jetzt ein bisschen überlegen aus sind, hätte ich gerne ein Buff kriegen. Hm. Ich wage es jetzt mal ein bisschen anzugreifen. Ja, gut. Ja, ich weiss, dass ich einen Hammer brauche. Aber ich habe jetzt gleich einen Hammer. Ich will nur das Level machen. Weshalb habe ich überhaupt Hammer geskinnt. Ja. 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 Ein paar. Nicht keine. Nein. Nicht keine. Ich mache ein bisschen ein paar. Ich mache XP. Bei dem ganzen Klagen auch noch muss es schwarzen. Aber es ist der reinste Chaos. Rechnung ist sozusagen ein Chaos. Ja, manchmal schon. Der Quillabär ist wieder da. Also Bier. Ich weiß nicht, wo dieser Bier wäre. Bär wäre natürlich besser als Bär. Aber Bier, ja. Tequila und Bier, ja. Aber Tequila ist kein Bier. Das ist eigentlich ein Schnaps oder was ist das? Wie sagt man dem? Ich kenne mich mit Alkohol wirklich nicht. Ja, so. Dankeschön. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen gewagt. Jetzt komme ich auch gleich mit Käse über. Es geht schon, aber so ziemlich langsam. Die Rechnung ist langsam. Ich bin eher der Schneller. Ich möchte jetzt ein richtiges geiles Kampfsystem, wo man wirklich auch viel sieht und nicht immer so mega alles zusammengeknatscht ist. Das kann man meistens kaum machen, wenn man so viele HP hat oder das Spielaktion und diesen vielen HP- und Schutzmechanismen. Das man einfach wie eine Wurst zusammengedrückt wird, zum Gegner geht und beim Gegner bleibt und dann richtig schlzt und schlzt. Ja denkt ja, man ist irgendwo in einem Rummelplatz oder auf einem Kampfgebiet. so jetzt mal attacke kann man nicht einen nicht einen spieler ok wir haben es geschafft das tor verteidigt und jetzt ich jage den nicht nach ich würde sicher jetzt level 50 51 vielleicht anstreben und sehen wir uns wieder vielleicht in einem livestream aber auf jeden fall haben wir irgendwas bekommen ich bin zu wenig effizient gewesen das geht noch einige zeit bis es klappt vielleicht wenn die unten sind ich bleibe jetzt einfach mal hier vielleicht mal ein bisschen glitschen das geht leider nicht mehr doch man kommt schon ein bisschen rein aber einen anderen glitsch zu zb der schildglitsch auch ziemlich gut so also bis zum nächsten part euer drakoblasser tschüss